Ich brauche wieder diesen Zugangscode von einer Wache. Schauen wir mal wer den hat. Die kann Verstärkung gerufen, super. Ich brauche aber den Zugangscode. Wer hat denn mich jetzt da gesehen? Oh man, nein. Das war's glaube ich. War doch nicht. Oh Gott, die sind aber auch dumm wie sonst was. Irgendwie. Kaum laut auch ey. Okay, da ist irgendwo noch einer angeblich. Puh, das war knapp. Das hat hoffentlich keiner gesehen. Oh man, das wird jetzt mal. Gut, den Zugangscode haben wir. Hier. Oh, da ist er. Oha. Wieso? Das ist logischerweise so. Okay, jetzt verstehe ich das, man muss immer sowas machen, wenn man zum Gebiet ist. Und das ist das Beziehungsding. Okay. Racine, mal sehen wo das ist. Ab dich, Robert Racine. Nein, man kann man nicht schwingen. Das ist eine Knarre. 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 Ich markiere mir jetzt gerne die Ziele, weil manchmal verfährt man sich doch über eine scheiß Brücke. Das ist eine Knarre. Nein. Nein. Oh Mann ey. Immer stehen alle im Weg. Das ist eine rechtliche Ware. Okay. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib gut. Nicht den Kopf. Okay. Ich fange mit dem. Ich fange mit dem. Dann ab. Ich fange mit dem. Okay, übertreibt, ey. Hm, ich bräuchte noch ne Kamera, irgendwie. Sehr gut. Sehr gut. Ah, das hat nicht ganz erwischt. Ich bräuchte noch ne Kamera, irgendwie. Oh Gott, was ist das denn? Oh, das kippelt mir jetzt schon nicht mit den Panzer-Fuzzis. Wie viele kommen dann noch? Okay, das klang mir schon. Die Zugangs-Codes hab' ich. Ah, da ist noch eine. Da müssen wir vielleicht gar nicht direkt rein. Ja, vielleicht kommen wir durch mit den Kameras. Das wär gern dazu uncool. Ne, müssen wir noch ein. Ich frage mich grad nur, ob man den vielleicht den Nahkampf ausschalten kann gleich. Oder ob der einen dann umnatzt, das Übelste. Ja. 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 Was mir gar nicht zu benutzen sind diese Köder eigentlich, wo die gar nicht so schlecht sind. wo steckt, damit ich meinen, wie meinen auch nicht so untere. Besüchtig dir! und Oh man, ich huste auch noch von rein. Komm, jawohl. Du... Was sind das? Ah Annäherungsminen und so oder sowas Find auch cool Der Arzt meint, dass mein Bein nicht mehr heilt